mit dem Katapult oder nicht? Wenn du jetzt hier reinspringst, warte mal. Da kann ich ja gar nicht reinspringen. Ich teste das mal für dich. Da kann man nicht reinspringen. Da kann man gar nicht reinspringen? Nee. Äh, äh, äh... Doch, kann man! Äh, äh... Tschüss, Warli. Blue, das hast du genau richtig vorhergesehen. Ach, jetzt mach ich schon witz über mich. Ja, jetzt mach ich schon witz über dich. Nee, das muss irgendwie anders gehen. Mhm, 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 mhm. Genau, setzt du mal bitte hier die beiden Portale wieder. Die im Feueraufwand? Nein, damit ich diese Dingsstrahl habe. Die, die jetzt montan ich gesetzt habe, so. So. Und jetzt musst du schnell da noch das eine Portal setzen, da vorne, da! Tja, und jetzt ist mir nicht rausgefallen. Aber das ist kein Problem. Doch, ist es. Nein. Warte, hier, Leon. Ah, ne, funktioniert auch nicht. Doch, und jetzt... ...muss ich mich ein bisschen nach oben. Ja, und noch ein bisschen nach oben. Und noch ein bisschen nach oben. Okay. So, und jetzt muss ich, glaube ich, ganz rechts machen, ne? Ja. Aber es war doch nicht ganz so weit rechts. Ach, auf das hätte ich sitzen müssen. Okay, gut. Warte. Okay? Höher? Ja, höher. Ne, das Problem ist, ne, das muss im Flug geschehen. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ne, komm her, Großer. Kann ich da denn rein? Bin ich da jetzt hoch? Naja, wunderbar. Und das musst du jetzt ganz schnell machen, weil sonst geht das nicht. Jetzt! Jetzt! Nein, ich hab die Wand nicht getroffen. Na, dann müssen wir's nochmal machen. Ja! Nein! Du warst auch drinnen! Echt? Ups. Ja, du warst gerade drinnen! Ups. Du musst mir sagen, auf welche Wand ich schießen soll. Nein, nicht die, 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 die. Warte? Kommst du noch rein? Ne, ne? Ne. Doch mal! Das ist echt schwieriger, als gedacht. Ich weiß, wenn man noch nicht genau, was mir das bringt, aber wir machen's einfach mal. Ach! Guck mal! Und jetzt so. Hast du ein anderes Tor gesetzt? Mhm. Auf der anderen Seite, meine ich. Auf der anderen Seite, wo du einfach das Portal hinsetzen hättest müssen zuerst. Ja, weil dann, ich bin dahinter ja an die falsche Wand gespült worden. Nein! Ich will auch mal gucken gehen, was da ist. Du wirst ja dahinter an die Wand gespült. Ich will doch erst mal mit mich da umgucken. Lass mich da auch mal gucken. Ja, klasse. Das bringt nur nix, wenn du das machst. Ja, Mann, Junge! Ich muss erst mal die Botale neu setzen und zuerst gerade ziemlich doll auf die Fresse geflogen. Ich beschütze dich doch nur. Warte, 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 warte. So, ups, nee, es war das Falsche. Nee, warte, ich will gerade was überlegen. Nee, ich hab die Idee. Ich hab die Idee, kann ich sagen. Komm nochmal und spring da nochmal rein. Komm nochmal, spring da nochmal rein. Komm nochmal, spring da nochmal rein. Komm nochmal, spring da nochmal rein. So, und jetzt musst du mir mal sagen, wenn ich das setzen soll. Jetzt! Ja, ja, und jetzt musst du dein Portal da hinten dran setzen. Und hier das zwei andere. Ja, genau. Und dann wirst du nämlich da hingestrü... Fuck, das funktioniert nicht! Das ist ein Grund, warum ich sag, mach das auf die andere Seite. Hätte funktionieren können. Ach, warte mal. Durch diese Wand, ne? Eigentlich ist das, glaube ich, ziemlich pervers einfach. Und jetzt... Warte mal. Kannst du nämlich deine beiden Portale da so setzen, dass du da durchkommst? Aha! Die musst du aber, glaube ich, vorher setzen. Also komm nochmal her. Na, die gehen noch einmal weg während der Zeit, wenn ich da durchgehe. Stimmt. Das heißt, du musst... Ach, lass mich... Lass mich mal wieder nach oben. Ich hab die Idee. Mach da mal mini-Protale, lass ich da nach oben kommen. Die Transportwege. So. Genau. Überleg grad was. Hm, das hat jetzt eher weniger gebracht, würde ich sagen. Äh, warte mal. Meinst du das hier? Nee, du kannst ja hier jetzt eins genau. Und dann... Nee, das kommt mir jetzt so leider auch nicht. Äh. Scheiße. Bin ich so... Und so. So. Mhm. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Geh mal nach oben. Ja, lustig. Du musst von da oben das Ding setzen. Weil, wenn du den Ball runterfallen lässt, läuft der Ball automatisch alleine dort hin. Ja, genau. Ist das einfach, ey. Ups. Nein. Soll ich dir das Portal setzen hier? Ja, musst du ja. Damit ich da oben hin kann. Äh. So. Genau. Das ist eigentlich... Kannst du von dort das Portal setzen? Nee, du musst einfach da jetzt hinsetzen. Den Transportweg. Ja, aber du musst dahinter ja auch dran setzen, ne? Deswegen frage ich, ob du... Dort hinten an der Ecke das machen kannst. Also von hier verknüpfen. Ähm. Durch hier unten. Nee. Nee. Dann muss ich das während des Fluges machen, eigentlich. Ähm. Ja, musst du. Oder nee, dann geht der... Dann gehen ja die Transportwege wieder weg. Hä? Hä? Ist das ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Hm. Können wir den Ball drücken? Weiß auch nicht. Portal. Da kommt das. Irgendwie muss ja der Bau... Der Bau muss produziert werden. Der Bau muss... Hä? 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 Man muss eigentlich hinkriegen, dass der Ball... ...auf der Bahn... ...hier hinkommt. Dass da, das läuft. Hm, hm. So weit? Gut, ne? Lalalalalalalalalala. Lalalalalala. Ich hab keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es einfach, bloß wir sind wieder zu blöd. Nee, das ist, glaub ich, nicht so einfach. Äh. 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 Hast du nicht auf das Katapult gekommen. Da schau nicht so gut. Also ich müsste da das Portal 1 in der anderen Portal 1 sein. Also dann würde das so gehen und dann... Wenn du, wenn du das eine Portal hier hinkriegen würdest, das wär supergut. Ach, kriege ich aber nicht hin. Oh, 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 oh. Es geht irgendwie nicht. Weil ich ja hinter der Scheibe bin. Ja. Und jetzt müsste ich halt noch nah irgendwie hinkriegen. Ach. Äh. Machen wir mal... Ja, ja. Machen wir mal einen... Transportweg. Dass ich da wieder zu dir kommen kann, ohne da durch dieses komische Ding zu gehen. Das muss ja irgendwie gehen. Weißt du? Ich brauche einen Transportweg hier lang. Da, wo weißt du den Ball da durch, weißt du? Du brauchst einen Transportweg. Da irgendwie. Na toll, da... Mit dem Ding oder ohne dem Ding? Wie? Mit dem Strahloh oder ohne den Strahl. Naja, der Strahl ist ein Transportweg. Dann kann ich nämlich hier... ...meine Portale so setzen. Jetzt geht er durch, ne? Aber jetzt bräuchte ich... Naja, er geht jetzt durch halt. Und deswegen musst du jetzt mir irgendwie versuchen, dass ich da einen Transportweg habe, da oben durchzukommen. Äh, ja, warte. Dam, dam. Dam. Da kriegst du nicht höher, ne? Nein. Und wenn du springst an der Stelle? Da kann man drinnen ja nicht springen. Und wenn du nach oben guckst und dann schwimmst? Ähm, dann stehe ich schon mal hier. Da hast du dir mal den Ball geben, aber dann kommst du nicht durch. Der Ball ist ja jetzt egal, der muss da ja liegen bleiben. Ich muss da irgendwie durch. Ansonsten, wenn... Wir können es doch nochmal mit einem anderen Ball nochmal probieren. Hä? Ich muss ja hier irgendwie lang. Ich muss da ja dann drücken. Was musst du denn jetzt? Was war das denn jetzt für den? Ey, hast du den... Ey, wie du hast denn den Dings weggenommen? Was? Ich hatte gerade ne Idee. Ich hab die Dinger nicht weggenommen. Ach so, ach du musst die machen. Stimmt ja. Oh ja, das geht ja weg, finde ich. Strahl ist falsch gesetzt. Kannst du ein bisschen weiter nach links machen. Ach. Äh. Aber ich glaube, ich hab gerade ne Bahnbuchung, ne Idee. Du kannst die Kanäle echt super bauen, ganz ehrlich. Was ist denn passiert, Junge? Ey, meine Boss ist zu tief. Echt? Ich hab die Bahn brechende Idee, glaube ich. Mhm. So weit, so gut. Warte, ich lass mal hier den Ball. So, warte mal. Ich muss jetzt... Ich muss jetzt ganz schnell da rauskommen. Stimmt das? Äh, ja, durchaus. Hm. Du musst erstmal den Ball da reinpacken. Ja, warte. Aber wenn du den Ball da reinpackst... Wie einfach das ist! Pack mal den Ball da rein. Und jetzt mach mal deine... Ist der Ball schneller als ich? Ist egal. Eigentlich sogar. Du musst jetzt einfach nur deine beiden Portale da hinsetzen. Ja. Ey, jetzt mal ohne Witz. Nein, du musst dein rotes Partal noch ein bisschen nach rechts. Jetzt mal ohne Witz. Wie einfach war denn dieses Rätsel? Jetzt mal ohne Witz. Ja, sie schaffen Leon! Jetzt mal ohne Witz. Wie einfach war das eigentlich? Wie, das... Ach, vielleicht auch nur aufhören, Portal 2 zu spielen. Ja, das ist, glaube ich, besser. Okay, wir beenden jetzt hier die Aufnahme. Wir sehen uns dann, äh... Demnächst wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Portal 2. Das war jetzt gerade mal eine Vorstellung unserer behinderten Köpfe. Bis daheim. Bis daheim. Bis daheim.